Hier haben wir das neue Trikot des FC Bayern München, Havi Martínez. Ich habe gesagt, grüß dich, servus. Grüß dich, servus. Wir haben hier die Rauten eingearbeitet, die charakterisieren natürlich das Bundesland Bayern und die bayerischen Wurzeln. Ansonsten ein herrliches Rot, so wie es für einen Verein gehört. Rot-Weiß, ein bisschen was Klassisches, aber mit sehr leichtem, modernem Stoff. Havi, was sagst du? Ja, gut. Ja, natürlich. Da hinten noch ein Mirza Mir eingraviert. Hier drehen wir um. Mirza Mir ist natürlich das Markenzeichen des FC Bayern. Thomas ist meine Lehre. Ja. Lehrenin. Ja, Lehrenin. Ja, Lehrenin. Ja, Lehrenin. Ja. と思います. Danke. Dafür sinaas mir . 為